Guten Tag, ich bin Gonzalo. Vielen Dank, dass wir uns hier glücklich sind. Euch ein Kunstkafe. Aus Nello. Unser Imperium. Diplomanden und Diplomanden. Liebe Gäste, ein herzliches Willkommen zur Eröffnung der Diplomausstellung in der HFBK. Dass das schöpferische Tun hart erarbeitet werden muss gegen innere und äußere Widerstände. Silke Silkeborg. Michael Rockel. Burg Koller. Die Ausstellung ist damit eröffnet. Ich verblühe meine Damen. Die Ausstellung ist mit der HFBK. 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 Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Die Ausstellung ist mit der HFBK. 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 Großarturer. Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020